Und diesen Weltcup feiert und auch die Athleten feiern, das wird nächstes Jahr im Fernverdiener alles fertig sein. Ich habe euch gesagt, viele gefangen. Die haben mir vorhin gesagt, dass ich zum 80. Mal Johnny Depp gespielt habe, da war ich einfach mal nicht. Jetzt wird er natürlich hier ansteuend zu tun. Schaut nach oben, dort haben wir die Frage. Es trägt hier Markus Euselbischmann. So, vielen Dank, ihr könnt euch auslassen. PIP! HEALF! Dann gibt es den Schiff licenses, dengt erge recovering. FÜRELAND! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR